Die ersten voll funktionsfähigen Hovercrafts bzw. Luftkissenfahrzeuge entstanden in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in Russland. Heute werden Luftkissenfahrzeuge meist zum Güter- und Personentransport auf dem Wasser eingesetzt. Wie funktioniert ein solches Luftkissenfahrzeug? Die Turbine saugt Luft an und bläst sie zwischen Wulst und Boden hinaus. Durch den hohen Luftdruck hebt das Fahrzeug vom Boden ab und schwebt quasi berührungs- und reibungsfrei über den Boden oder Wasser. Moderne Hovercrafts besitzen eine flexible Schürze, die bei unebenem Gelände auch Kontakt mit dem Untergrund haben kann. Da sie flexibel ist, bleibt das Fahrzeug nicht so leicht hängen. Der Antrieb erfolgt mit Propellern im Luftstrom. Gesteuert wird mit Luftrudern. Da ein Luftkissenfahrzeug sich fast reibungsfrei bewegt, lässt sich hier das Trägheitsprinzip gut beobachten. Wird das Fahrzeug angestoßen, so behält es seine Geschwindigkeit bei, solange darauf keine Kräfte ausgeübt werden. Gesteuert wird mit Luftkissenfahrzeug. Gesteuert wird mit Luftkissenfahrzeug. Gesteuert wird mit Luftkissenfahrzeug.